Willkommen zu einer neuen Folge von Warframe. Tja, hm, 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 hm. Ohne Gruppe werden wir diese Ausgabungsmissionen wohl nicht schaffen. Mal gucken, ob wir irgendwie in die Gruppe reinkommen. Natürlich nicht. Rettung. Ist auch ziemlich schwierig, glaube ich. Mobile Verteidigung. Das können wir alles so vergessen, ey. Okay, da würde ich sagen, um unsere Waffen wenigstens ein bisschen hoch zu pushen. Das hätten wir vielleicht mal woanders jetzt erstmal hingehen. Na dann. Nehmen wir die mal. Nehmen wir die mal. Nehmen wir die mal. So, ich finde, da muss ich mir jetzt die Anfalt gelaufen. Assassination Contracts are not to be taken lightly. Eliminating this target will have a significant impact on enemy forces. Search the area. Ain't no survivors. So, ich finde, da muss ich mir jetzt die Anfalt gelaufen. Er wird vermutlich das Attentat silber- und durchführen wollen, ne? Auf jeden Fall gibt's schon wieder gute Mods hier. Oh. So, ich finde, da muss ich mich auch nicht mehr schlafen. So, ich bin jetzt hier. Easy. Nee, alle den gleichen Fehler. Sehr geil. So, ist aber ganz schön nochmal wichtig, diesmal zu ihm. Jetzt kommt er. Hier ist er nicht. Hier ist unser Ziel da. Da wie oft willst du dann noch zum Boden gehen? Scheiße. Hier ist er. 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 Hier komm ich denn hoch verdammt. nicht nicht doch das war es dann wieder für diese folge spitze mit dem gemisch bis dann